Hallo, ich bin Sophia Röpke und heiße dich ganz herzlich willkommen zum Podcast HR Revolution. Der Podcast für alle Personaler, die die Zukunft gestalten wollen. Hier erfährst du, warum die Wichtigkeit von HR zunimmt und wie du davon profitieren kannst. In diesem kurzen Intro möchte ich mich dir gerne vorstellen und etwas zur Intention und zum Inhalt des Podcasts erzählen. Zunächst ganz kurz zu mir. Ich habe in Erfurt und St. Petersburg Staatswissenschaft und Slavistik studiert und daraufhin meinen Master in Zürich gemacht. Angetreten bin ich mit dem Ziel, im Auswärtigen Amt oder der Diplomatie zu landen. Es gab dann aber doch einige Gründe, weshalb ich mich daraufhin für den Quereinstieg in der freien Wirtschaft entschied und so in einer international agierenden Personalberatung in Zürich landete. Heute bin ich Geschäftsführerin einer HR Consultancy. Wir haben zum Ziel, durch den Einsatz von Data Analytics und Neuromarketing neue Wege im HR zu gehen. Mein Weg ins HR war also keine Start-Ziellandung. Sie war holprig und hat mir vielleicht auch dadurch erlaubt, eine eigene Brille, eine eigene Sicht auf die Dinge zu entwickeln. Im Podcast möchte ich den vielfältigen und ungeahnten Möglichkeiten eines modernen und zukunftsgewandten HR Rechnung tragen. Ich bin mir sicher, dass wir im HR das Fundament zukünftig erfolgreicher Organisationen liegen. Und genau dafür soll etwas Speck an die Butter getragen werden. Wir Personaler haben viele Herausforderungen zu bewältigen. Digitalisierung, Fachkräftemangel oder sich verändernde Lebensstile, die auch die Anforderungen an Unternehmen nachhaltig verändern. Im HR liegt die Kraft, Lösungen für diese Herausforderungen zu bieten, wenn man sich auf eine Revolution des HR einlässt. Von diesen Lösungen soll der Podcast handeln. Es geht um konkrete Handlungshinweise, Empfehlungen zu HR-Prozessen, Employer Branding, Methoden der Rekrutierung und tagesaktuelle Themen, die uns im HR beschäftigen. Dabei möchte ich auch Interviews mit Experten und Diskurse mit Kollegen führen. Wie bereits erwähnt, in jedem Podcast-Beitrag möchte ich euch konkrete Lösungswege aufzeigen. Die Wichtigkeit des HR nimmt ohne Zweifel zu. Gerne möchte ich gemeinsam mit dir neue Wege durchschreiten und so neue Impulse für deinen HR setzen. Wenn du also eigene Ideen oder Anstöße hast oder Fragen, komm immer gern auf mich zu. Nun aber direkt zum ersten Beitrag. Ich wünsche dir viel Freude und revolutionäre Erkenntnisse. Ich wünsche dir viel Freude und